Niemand kann mir weismachen, dass mein Mann ein Krimineller ist. Manchmal leben Menschen direkt mit der Gefahr unter einem Dach und wissen es nicht, selbst wenn es der Ehemann ist. Ich will mit meinem Anwalt sprechen! Das FBI stürmte die Wohnung von Hatschi und führte ihn ab. Wenn Sie ihn in die Türkei zurückschicken, werden wir ihn nie wiedersehen. Unser Glaube, unsere Lebensweise wird angegriffen. Wir müssen Ihnen ein paar Fragen stellen. Seid ihr taub? Das ist ein Gotteshaus. Haben Sie etwas Respekt? Ich habe keinen Respekt vor einer Religion, die unseren Feinden Unterstützung und Rückhalt bietet. Werden nicht die meisten Terroranschläge von Muslims geplant. Es scheint, dass Sie Ihre Freiheit nur in die Länder mitnehmen, wo es Öl gibt. Ist das bloßer Zufall? Der Tod zu Ehren von Allah bedeutet nicht zu sterben, sondern Auferstehung! Wo ist der Verlass? Sie sind meine Feind! Haji Goumez! Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.